Für Pharma Geralt, 33, aus Namibia, und seine Anna geht es in großen Schritten auf die Hochzeit zu. Die beiden lernten sich in der vergangenen Staffel der RTL-Kuppelshow, Bauer sucht Frau, kennen, meisterten seither eine Fernbeziehung und seine Schockdiagnose Quilin-Vadris-Syndrom. Mittlerweile geht es Geralt glücklicherweise wieder besser und das Paar kann sich auf die Vorbereitungen zu ihrem großen Tag konzentrieren. Auf Instagram veröffentlicht Anna jetzt ein Bild von ihren nackten Beinen, auf einem Bett in Szene gesetzt. Am rechten Oberschenkel trägt sie florales Strumpfbein. Die zukünftige Ehefrau von Pharma Geralt scheint bei ihrem Brautlook besonders viel Wert auf liebevolle Details zu setzen. Geralt wird bei diesem Anblick sicherlich auch warm ums Herz. Die spannendere Frage, welches Kleid Anna tragen wird, bleibt hingegen offen. In welche Richtung es gehen könnte, erahnt man jedoch auf Aufnahmen aus vergangenem Dezember. Damals probierte die zukünftige Farmerin bereits einige weiße Roben an und postete davon erste Bilder. Darauf ist zu erkennen, dass Anna definitiv ein Faible für spitze und ausladende Rockteile hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017